Hier eine kurze Repetition der Dinge, die helfen bei der Chemotherapie und die Ärzte euch vielleicht sagen werden, dass von dem wissen wir gar nichts. Aber wie viel Erfahrung haben sie schon bei Ernährungswissenschaften? Sechs Stunden in Kanada. Null hier. Diese Kilos an Essen, die du jeden Tag zu dir nimmst, oder die ich zu mir nehme, sind sie genauso wichtig, wie jedes Milligramm eines Medikamentes, das du verschrieben bekommst. Es ist okay, wenn du es nicht weisst, das ist ja mein Job. Mir ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass Leute viel Vitamin A haben, Vitamin C und Zink. Das finden wir in Früchten und Gemüsen, speziell in den ungekochten Früchten. wie das, was ich zum Mittagessen hatte. Oder den Apfel, den ich zum Frühstück hatte. Das ist eine gute Zeit, diese Säfte herzustellen aus diesen Produkten. Du hast jemanden im Spital, den du jetzt herzustellen, den du bald besuchst, der sich von einer Operation erholt, bring ihm frische Früchte mit. Oder auch frische Säfte, oder Karotten und Säleri. Kohle. Und Beet. Und Rande. Und Rande, genau habe ich gesagt. Add some greens, like parsley or kale. Alles, was grün ist, ist immer gut. Radieschen oder Peterli. And sprouts, especially those Chinese beansprouts. Oder verschiedene Bambussprossen. Speed's healing. Keep the salt intake really low. In hospital, oh sorry, keep the salt very low. Halt den Salzanteil tief. In Canada, now after surgery. In Canada, nach der Operation. No salt shaker on the table. Kein Salzstreuer, weit und breit. Ist verschwunden, super. Less infections. Weniger Infektionen. Quicker healing. Schnellere Heilung. Ich liebe homeopathische Medikamente. Und diese sind super für nach einer Operation. Wenn es einen Schnitt gibt, ist es unangenehm. Es sieht auch nicht so schön aus. Du kannst Vitamin E darauf tun. Oder Rosenblütenöl. Now we're using Emu Oil from the little Emu from Australia. Ah, wir benutzen Emu Oil. Das habt ihr auch, glaube ich. Oh, we grow them in northern Canada. But you have them here? Oh, we have them from Canada. Brilliant. Emu Oil is fabulous for burns too. One of the very best things for burns. Emu Oil, das wir sogar von Kanada haben, das er von Australien kennt, ist super für Verbrennungen. Oh, I don't know why you had me come here. You don't know all this. Warum habt ihr mich dann überhaupt hier? This is awesome. I use this at home. Das ist super. Das ist ja noch von Kanada. Perfekt. Oh, great. Yeah. They grow them. They're from Australia. Sie sind von Australien ursprünglich. But they find when they grow them in northern Canada, where it's cold. Wenn sie sie in Nord, in Kanada, wenn sie wächst, the oil is even better. Is das Öl immer sogar noch besser. So you got the best in the world. That's excellent. Now, I went to a pharmacy and bought this yesterday. It comes from Germany. This is how I met my wife. I treated her with this. She loves this. I'm bringing her 100 ampoules with. Wonderful scar. I inject it into scars. Direct in the Wunde rein. Oder einreiben, in the Narbe. So, we help. This is a homeopathic remedy also from Germany. Very good for immune support. Super für nach einer Operation. This we're not using so much. It's very expensive. Green tea can be used instead. Da kann statt dem Produkt auch Grün-Tee verwendet werden. Es ist relativ teuer, wenn man es so kauft. It's so the cancer can't spread from the surgery. Es bewirkt, dass der Krebs nicht nach der Operation sich ausbreitet. Omega-3s also help that. Omega-3 hilft dabei auch. Und natürlich, wenn ihr mein Buch lesen könnt, gibt es da noch einiges mehr.